Heute zeige ich euch, wie man einen sehr einfachen, sehr schnellen und sehr Veggie-mäßigen Quesadilla zusammenbraut. Und der geht genau so. Als erstes nehmen wir ein bisschen Öl und braten unser Veggie-Chicken an. Bis die ganzen Geräte schön fertig geköchelt sind, dann kommt in unsere schon angewärmte Pfanne ein bisschen Butter und eine gute Ladung Hot Sauce. Und in dieser Mischung tränken wir jetzt unseren Quesadilla. Einmal wenden. Und während das jetzt auf der anderen Seite noch schön anbrutzelt, kommt hier schon auf eine Seite unser Veggie-Chicken. Und dann ein Mix aus Cheddar und Mozzarella. Das Ganze wird jetzt einmal zusammengeklappt, Hitze ein bisschen reduzieren und Deckel drauf, damit der Käse schmilzt. Bleibt jetzt nur noch der Taste-Test. Ich würde sagen, einmal rein mit den Händen. Das ist eine 5 von 5. Wie macht ihr euren Quesadilla denn?